Also ich kann euch sagen, das Westufer vom Tegernsee ist ein Traum. Da ist fast nichts los. Bis auf jetzt nach Bad Wiessee sind wir ein bisschen rauf. Und da hinter mir seht ihr jetzt die Spielbank vom Bad Wiessee. Und ich weiß nicht, also warum braucht es so Spielbanken, diese ganzen Glücksspielhallen, die immer mehr Zug genommen haben, meines Erachtens gehört da endlich, die dringend zurückfahren. Die bringen am Staat zwar Steuereinnahmen, aber was er an Ausgaben hat für Leute, die dann in die Schuldenfalle geraten oder die Spielsucht. Also ich weiß nicht, warum der Staat Socken und Glücksspiel unterstützt. Der Staat hat eine Lenkungsfunktion, er muss nicht alles verbieten. Er muss das aber nicht nur in staatlicher Hand betreiben und dann auch noch die Regeln so machen, dass immer mehr Spielotheken aus dem Boden stampfen. Also ich bin da ganz klar dagegen und sage, Glücksspiel braucht kein Mensch. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Oder ich freue mich auf eure Kommentare, diskutieren wir darüber. Denn ich bin für alle Fragen und Antworten dankbar. Denn wir wollen ja nicht die Tour nur machen, dass ich euch sage, was mir am Herzen liegt, sondern dass das Ganze auch ein Dialog wird. Darum sagt es mir eure Meinung.